Neue schwedische Bücher in deutsche Übersetzung Ich bin Kulturrätin an der schwedischen Botschaft in Berlin. Auf der Leipziger Buchmesse hätte ich ein Gespräch mit Peter Zimmermann führen sollen, dem Übersetzer dieser Gedichtssammlung, Naturbetrachtungen von Harry Martinsson, erschienen 2019 im Abfeuer Verlag. Aber nun kam es also nicht dazu. Harry Martinsson, der von 1904 bis 1978 lebte, war einer der größten schwedischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er war vor allem ein Dichter und seine Naturlyrik bildet einen zentralen Teil seines Schaffens. Besonders bekannt ist er für seine wunderschöne Sprache. 1974 erhielt er den Literaturnobelpreis für ein Werk, das den Tautropfen einfängt und den Kosmos spiegelt. Martinsons Nähe zur Natur ist verbunden mit einem frühen Umweltbewusstsein, was seine heutige Aktualität noch erhöht. Die Natur hat auch eine große biografische Bedeutung für Martinsson. Siebenjährig wurde er als Pflegekind weggegeben und musste schon früh auf verschiedenen Bauernhöfen in Südschweden mitarbeiten. Diese schwere Kindheit und Jugend stildete er 1935 in seinem autobiografischen Roman »Die Nesseln blühen«. In diesem Roman wird die Natur zu einem Zufluchtsort und zu einer Art Gegenpol so grausamer Welt der Erwachsenen. Die Natur half ihm, seelisch zu überleben. In Deutschland ist Harry Martinsson nicht sehr bekannt, obwohl sich zum Beispiel Nelly Sachs lange Zeit für sein Werk eingesetzt hat. Aber 2017 erschien beim Googles Verlag die sehr gelungene Neuübersetzung von Harry Martinsons »Reisen ohne Ziel« und im letzten Jahr nun also die Naturlyrik in einer Übersetzung von Peter Zimmermann, der auch das Vorwort zum Buch geschrieben hat. Jedes Gedicht ist sowohl auf Schwedisch als auch in deutscher Übertragung zu lesen. Oft sind die Gedichte kurz und präzise und vermitteln starke Momentaufnahmen der Natur in all ihren Formen und Farben. Der Übersetzer Peter Zimmermann steht auch für die Auswahl der Gedichte in diesem Band. Zimmermann ist von Beruf Kinderpsychologe und hat sich neben seiner Arbeit der Lyrik verschrieben. Er ist eng mit Schweden verbunden und lebt seit den 70er Jahren in beiden Ländern. Dieser Gedichtband hat mich Harry Martinsson neu entdecken lassen, vor allem seine sagenhaft schöne poetische Sprache. Zimmermann hat es geschafft, jedes Bild in Martinssons Gedichte auch im Deutschen mit großer Schärfe wiederzugeben und zugleich weitestgehenden Rhythmus beizubehalten, wie beispielsweise in diesem Gedicht. Regndroppern samtaler vänligt med varandra när de slår mot bläcket. Det finns ett kvitter bevarat i ledningstråden. Bred sodder Svalflocker i rader och i wåninger längs hjärtats Daghimmel umboren. Die Regentropfen unterhalten sich freundlich miteinander, wenn sie auf das Blech aufschlagen. Ein Zwitschern ist aufbewahrt in den Telegrafendrähten. Breit gestreute Schwalbenschwärme in Reihen und in Stockwerken über den Taghimmel des Herzens im Frühjahr. Ich kann diese wunderbare Gedichtssammlung nur wirklich jedem empfehlen. Lest sie, es lohnt sich. Darüber hinaus ist Harry Martinsson gerade doppelt aktuell. Sein dystopisches Raumepos, Aniora, ist verfilmt worden und seit Februar auch in Deutschland zu sehen. Martinsson schrieb dieses Epos 1956 und schildert darin aus der Perspektive von Insassen eines vom Kurs abgekommenen Raumschiffs den Blick auf eine von den Menschen zerstörte Erde. Der Film wurde letzten Winter mehrfach mit dem schwedischen Filmpreis, dem Guldbagen, ausgezeichnet. Also auch absolut sehenswert. Und somit habe ich gerade zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wie man auf Deutsch so schön sagt, und hoffe, euer Interesse ist geweckt.